Läuft! Richtig! Aufnahme läuft! So, Freunde! So, Freunde! Intro! Moin, Mädels! Ja, herzlich willkommen zurück zur Sülze mit der... Jetzt hältst du meine Sülze. Und zwar weiterhin Fortnite, nicht wahr? Was ist das? Erklär mal. Das ist dieses Killerspiel. Digitale Ermordung, das sind unsere Lieblingssachen. Deswegen machen wir das. Es ist tatsächlich eins meiner allererfolgreichsten Videos of all time. So eine dumme Scheiße, diese digitale Ermordung. Ja, ist geil. Wir kommen direkt hier zur Community-Activation, Freunde. Ohne Umwege. Wie funktioniert die? Und zwar funktioniert sie folgendermaßen. Ich gehe jetzt hier auf meinen YouTube-Kanal und dann sehe ich den Kommentar von JennyKC vor vier Tagen. Hat sie sogar noch mal bearbeitet, aber ein Herzchen hat es trotzdem gegeben, nicht wahr? Und zwar Fasmo mit der Sülze, Doppelpunkt. Gnu spielt das Spiel. Hanno ist immer in einer anderen Rolle. Sterzig ist einfach dabei. Kalle ist endlich mal nicht als erstes gestorben. Ja. Das war schön. Side-Note. Gnu wurde von ihrer Crew gekillt, weil niemand die Sache mit dem Walkie-Talkie kapiert hat. Ja! Endlich sagt's mal jemand! Also ich hab's kapiert, aber es war dann schon zu spät. Ich hab's auch kapiert, aber ich wollte halt, dass sie stirbt. Ja. Ja. Und dann ein hochaktuelles Bild in der Sülze-Community, denn wir haben vorhin mit Funtime HD, ich grüße ihn raus, Fortnite-Leaks und News. Fortnite-Leaks und News. Mit dem haben wir schön ne Runde geduggelt. Könnt ihr mal am Dienstag bei Sterzig vorbeigucken. War ultra lustig ins Gesicht geben. War die beste Folge der Woche. Ja. Ansonsten schaut doch gerne natürlich bei Papo, Gnu und Head auf Uncut vorbei. Natürlich. Und dann würd ich sagen, rein ins Vergnügen. Heute gibt's ein Escape-Room, nicht wahr, liebe Gnu? Ja! Ich hoffe, dass er auch das ist, was er versprochen hat, beziehungsweise was gesagt worden ist, weil ihr wisst ja, was von mir rauskam. Also seit wir uns ein bisschen ausprobieren, auch mit Roblox und so läuft's einfach bei uns, würd ich sagen. Und deswegen würd ich sagen, jumpen wir einfach mal ins Portal. Ja! Hey! Ich hab zwei Lampen, ich hab nen Kühlschrank, wie geil ist das denn? Geil! Was mich da drin im Kühli? Wie geil ist das denn? Okay, es startet jetzt. Map has a lot of jump scares, so be careful. Oh nein, bitte nicht. Okay, wer erschreckt hat verloren, der muss raus, okay? Alter, was war das? Okay, ich glaube, bei sowas, das hart auszumachen, ist schon geil. Was machen wir denn jetzt hier? Ich hab's ausgemacht. Wie macht man's denn aus? In die Option gehen und dann alles ausmachen bei Hutt. Das wird schon wieder Ave Maria gesagt. Ave Maria! Hast du ein Problem damit? Ich hab grad übel genießt. Bitte kurz, ruhig. Ich muss mich... Kanzler hat Optionen. Alles ausmachen? Wo steht denn bitte? Hier ist Push. Hier steht Push drauf. Eins und alles ausmachen. Hey, push dich. Da hab ich keinen Bock drauf. Dann machen wir's so. Warte mal. Hier müssen wir irgendwas finden. Hier war... Das sind so rote Augen. Hä, da drin ist ja einer, der die ganze Zeit Seifenblasen macht. Witzig. If you get stuck, you can watch my tutorials later. Interact... Oh! Oh! Was passiert hier? Was passiert, Kalle? Äh... Papus! Achso! Interact 5. Time store open. Hä? Äh... Könnt ihr mal aufhören, euch alle in die Luft gespringen? Ihr seid alle tot. Ja, ich hab da drauf gedrückt. Wo? Ja, hier. Oh, okay, ja, dann... Dann mach ich... Scherzi, bleib mal bitte... Bleib mal bitte stehen, Scherzi. Ich hab schon den Hund gestreichelt, ey. So, hier ist ja irgendwie so'n... so'n Automaten mit Xen dran. Was ist damit denn? Vielleicht müssen wir auch einfach erst mal die Eins hier absolvieren, indem wir die Ketten runtergehen. Oh! Leute, auf dem Kasten oben drauf ist ein grüner Knopf. Aber da kommen wir doch her, vom... von unten. Achso. Wir müssen doch gucken, wie man... wie man auf den Kasten raufkommt. Achso. Ah, wahrscheinlich. Hier. Auf die Spinne. Erst ne Jump League. Turn sounds on and music on. Oh! Hier von mir. Nee, ich war irgendwie drinnen beim Teufelskopf. Oh ja, ich bin auch wieder drinnen beim Teufelskopf. Das heißt, wir müssen irgendwie drauf kommen. Probiert mal... Warte mal, da sind doch diese... diese Soldaten drauf. Vielleicht kann man die weghauen hier. Die unten stehen. Ah! Da ist das. Hä? Nee. Die Spot Henra hat sich verabschiedet. Oh. Dann vielleicht auf den... Hä? Ich bin jetzt auf einmal in der Luft. Hä? Wo bin ich denn... ich bin tot. Bist du beim Zombie gelandet? Ja. Indem ich auf diesen Automaten drauf gesprungen bin. Ja. Hier ist ja noch ne Truhe. Damit kann man nix machen. Ja, ich glaube ich hab den Escape oben geschlagen. Oh! Ich weiß, wo wir hin müssen. Okay. Leute, in einer Ecke ist so ein Heuballen. Da könnt ihr reingehen. Genau. Oh lol. Heftig, Digga. Wir machen ja die ganze Zeit voll die aufwendige Scheiße. Du bist nicht gestorben. Ja, ich auch. Also, so geht's ja nicht. Da muss man schleichen. Okay. Wollen wir mal alle hier in diesen... Ja, genau. Aber der Heuballen ist, glaube ich, schon mal richtig. Okay, wenn man zu weit geht, dann stirbt man. Äh, ich bin jetzt außerhalb der Map. Wo ist denn eigentlich Sterzig unterwegs? Ja, also wir sind hier... Du schwimmst da irgendwie rum. Ja, wir sind irgendwie außen gespawnt. Du musst dann respawnen auf ESC. Du komm doch mal rein. Okay, dann respawn ich jetzt. Eieiei. Okay, aber vielleicht können wir doch noch durch irgendwelche anderen Wände gehen, Leute. Wenn jetzt hier jemand durch diesen Heuballen kann. Hey, was ist denn jetzt? Ja, das meine ich ja. Hä? So, ich hab jetzt hier mein Weltraumgerät. Also, der Knecht in der Kammer, der ist das Problem. Wie findet ihr meine Season 3 Skins, Leute? Sehr gut soweit. Sehr, sehr gut. Echt sehr cool, Kalle. Alles so früh noch? Jaja. Oh, warte mal. Oh, hier. Ihr müsst... Ich weiß wohin. Ihr müsst hier her. Guckt mal. In den Kaminen. Okay, wie kommen wir denn wieder zu den... Hier geht's weiter. Hey Max, wie bist du denn gekommen? Durch den Kamin crouchen. Okay. Escape, respawn stärzig. Ja, ich mach das jetzt auch. Aber das hat bei mir eben nicht funktionieren. Voll gleichzeitig. Oh, was ist der Knopf? Äh... Okay, ihr müsst mal auf uns warten, Freunde. Hier ist ein Knopf. Ich steh drauf. Wo seid ihr jetzt reingegangen? Durch den Kamin. In den Kamin rein. Immer noch. Okay. Also, Kalle, du musst auch lernen zu fahren. Naja, ihr könnt ja nicht in meine Aufnahme vorrennen. Na gut, hier ist ein Knopf auf dem Tisch, Kalle. Da steh ich drauf, dann ist der rot, wenn ich runter geh, ist der gelb. Okay. Ich bleib mal drauf. Bitte. Danke. Okay. Nehmt mal eure Taschenlampe zur Hand, dann sieht man mehr. Ja. Oh, was ist hier denn? Ich weiß nicht, ob ich der Schöpf... Äh, ich... Oh, hier ist Schwerelosigkeit drin. Oh. Ne, das kann doch nicht sein jetzt. Oh, die brauchen wir jetzt wahrscheinlich, oder? Ist ja voll unten. Und wenn ich runter geh, ist die aus? Okay, ich glaube, ich weiß, wo es weiter geht. Okay, Papa, was geht bei dir ab? Kommt mal hier hoch und dann kann man hier runter jumpen. Ach echt? Ja, aber der Knopf. Na gut. Naja, wir müssen ja nicht alle mit, oder? Ich will auf jeden Fall mit. Wir alle... Oh, boah. Oh, lol. Oh, lol. Muss man auch mal finden. Sterzig, lauf doch. Oh, Mann, ey. Ihr bleibt alle hängen. Wie in der Schule. Oh, nein. Jump and run. Darüber habe ich mal ein Video gemacht. Oh, Gott, nein. Oh, no. Oh, no. Okay, ich glaube, ich bin raus. Ich hab... Oh, ich lebe. Oh, ich lebe. Oh, nein. Oh, Mann. Oh, Mann. Aber wie komm ich hier wieder hoch, ist die Frage. Lauch in die Falle. Hä? Wo bin ich? Ach so. Ich bin gestorben. Boah, das wird jetzt lustig. Okay, aber ich war jetzt durch den Kamin und dann... Leute, Leute, läuft. Ich hab jetzt ne Desert Eagle. Hä, wo ist die her? Ne Desert Eagle? Die lag da am Ende. Oh, oh. Habe ich dich grad weggebracht? Aber schafft man schon... Ist auf den nächsten drauf? Ja. Okay. Ah. Also ich war ja mein New York. Da haben wir auch sowas gemacht. Muss man dann zurück... Muss man dann zurück springen, oder? Oh. Du bist auch schneller, wenn du direkt nochmal springst. Aus dem Sprint. Oh, ich hab auch ne Waffe. Oh nein, okay. Ist das bei dir alles okay, oder? Ja, ich warte hier auf euch. Worauf denn? Ja, ich hab jetzt ja die Diegel. Und da oben sind kleine Zielscheiben. Wo? Achso. Ja, an der Wande oben. Ja, noch nicht abschießen, bitte. Ja, deshalb hab ich ja gewartet. Das ist lieb von dir, Mann. Fertig, bei dir alles okay? Ja. Ah! Ja. Ich schaff das nicht. Ich schaff das nicht. Das ist nicht schlimm. Ich find's so dumm. Schwererlosigkeit ist einfach schön. Die Frage ist, brauchen wir alle ne Waffe, oder reicht das, wenn einer das hat? Ich weiß es nicht. Dein Video. Ach komm. Ich würde jetzt einfach mal da oben... Henno hat's auch nicht geschafft, der Lappen. Hä? Hallo. Wer steht denn hier drüben? Du Affe. Oh, der Knopf ist grün. Muss ich jetzt sprinten? Der Knopf ist grün. Nö, einfach am möglichst spät abspringen. Und du kannst mit W und S halt steuern, wie weit du springst oder nicht. Wenn du W gedrückt hält, springst du weiter. Wenn du S drückst, bremst du in der Luft. Da steht check the apples. Auf dem Tisch. Oh mein Gott, ich hab's geschafft, Freunde. S floppen. So, nicht zurück. Müssen wir zurück, oder? Ne, kann sein zu sterben. Was muss man hier abschießen? Habt ihr es schon abgeschossen? Ja, da oben die Ziehscheiben hab ich abgeknallt. Oh, was ist jetzt los? Alter, Kürbisköpfe, ne... Hier oben scheuchen. Du musst jetzt hier die Dinger abschießen. Die Lampen, oder was? Ne, die Ziehscheiben. Ja, dann lass mich doch auch schießen. Wie kommt – wie seid ihr zurückgekommen? sehr gut und jetzt dann ist der nebel weg jetzt steht hier check the apples bei den apples liegt weiter geht's was hast du gemacht da lag eine kleine da lag etwas explosives ich habe es abgeschossen ist es explodiert und jetzt können wir weitergehen okay die tür müssen wir öffnen und nein links ist falsch was passiert ja wir sind schon wir haben gewonnen glaube ich wir sind die bibliothek von hogwarts und nein hier sind so viele jumpscares in der video schon heftig so was denn jetzt gegen die hier ist die schlacken über den luftblancen irgendwas muss ich gegen das bild oder man muss irgendwas drücken oh ja ich hab's gefunden freunde hier bei mir was hier sind so kartons und da kann man reinspringen oh mein gott was denn jetzt passiert ist ein teddyberg explodiert ich spinn help ich hab meine diegel nicht mehr ja wahrscheinlich brauchen wir erst was wir müssen was finden womit wir ihm helfen oder ja wahrscheinlich messer oder sowas ich komm nicht mehr hier ist eine lampe das messer helfen wir sind wieder kisten ist eine kamera oben an der wand sind überall kameras vielleicht gibt es hier noch mehr möglichkeit kalle und hier oben ist ein riesen seil ja ja du musst noch balancieren wahrscheinlich wieder ne boah es ist dunkel hier die kartons ok ne da waren nix aber vielleicht geht es ja noch irgendwo hoch schönes ding kalli ach bitte hör auf vielleicht hier auch der vorraum da haben wir noch gar nichts gemacht also hier liegt so ein buch hier sind auch spiegel und essen und hier laufen diese leute rum ach guck mal da ist ein schalter wieder leute hier im vorraum wo wir alle gesponsert sind da ist so ein schalter an der wand und ich glaube drei da steht eine 3 oben weil es nur der raum 3 ach komm was ist denn mit der tür hier am boden verschlossen die machen wir wahrscheinlich auch irgendwann oh mein gott ich erschreck mich da jedes mal mit der lampe können wir aber nichts zu machen und wir haben hier wieder so einen komischen nebel können wir die wieder zu bringen dass sie den knopf drücken oh was war das hier ist musik angegangen ne ja war das einer von euch ne ich war grad plötzlich in zonen die schauen immer ins licht ne ah die schauen warte mal taschenlampe ach können wir die zum knopf bringen vielleicht i don't know ja aber da müssen wir von der anderen Seite leuchten oder wir machen das lämpchen aus aber das kriegen wir nicht hin ne die laufen immer hinterher hinter einem vielleicht müssen wir die ja zum knopf bringen hm i'm so verwirrt now so verwirrt hinten auf der anderen Seite sind so zwei spiegel ja das hab ich auch schon gesehen ja das hab ich auch schon gesehen und die ganzen luftballons ich mein die schmeißen ja irgendwie eine party hier ist ja auch ein kuchen irgendwas irgendwas ne das will ich nicht da kann man die nehmen ne also warum sind auch hier diese aber guck mal da oben fehlt ein Regal warte mal da oben fehlt ein Regal wo denn auf der Seite von den Ballons da ist quasi ein Regal da leuchtet doch was oder nicht oder ist da irgendwas ohja da oben geht was hast recht ja ich glaube auch dass wir irgendwie hochklettern müssen vielleicht immer das Bild Holz und so haben wir auch nicht ne ne oh warte mal vielleicht ist da ein anderer Raum in dem Raum oder irgendeine Wand durch die man wieder gehen kann ja 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 und ich hör die ganze Zeit diese Geräusche von der Spinner Junge und die geilen Zombies also die kann man nicht verkloppen hey die Geräusche da oben man kann ja auch nicht chatten man kann ja auch nicht help in den Chat schreiben oder so oder? ne man kann nur die Tutorials anschauen soll ich mal gucken? soll ich die mal bei Twitter anschreiben? 2x Void ey wir kommen hier nicht weiter ey netter Gedanke aber ich seh schon die Kommentare oh mann bei Minute 583 hättet ihr da links gemusst das mit dem Licht hier guck mal da oben ist oben das einzige was wir halt bisher haben ist dieser Teddy wenn wir da auf dieser wenn wir in diesen kleinen Raum uns stellen explodiert die ganze Zeit irgendeine Scheiße ähm und es sind zwei Spinnen im Raum und die haben ihn festgesponnen und der Teddy hat richtig rote Augen ja leuchtet den Teddy mal in die Augen ja ja habe ich oder den Spinnen ja was ist der an der Decke jetzt explodiert doch durchgehen das ist ein bisschen anstrengend ja weil da einer die ganze Zeit rum ach so du bist das ja ja man darf halt nicht mal in die ja man darf sich da nicht bewegen oh wenn ich die Spinnen anstrahle dann werden die kleiner und größer okay dann ja dann müssen die wahrscheinlich kleiner werden einfach oder ich glaube wir müssen die alle anstrahlen lass mal die Linke nur anstrahlen kann jetzt jemand die hauen die Linke fertig oh da kommt man doch hoch hier Leute alter die platzt gleich es geht nein es geht nicht schade ja aber wenn man die anstrahlt ne das geht nicht ich glaube die atmen einfach nur nein ich glaube auch nicht wenn man nicht anstrahlt passiert nichts oder doch scheiße ja fech soll ich mal nachschauen dieses geballer ja das ist weil du genau drauf stehst Kalle ja ich weiß aber was was überhaupt soll freut mich ja hast du wissen wir kriegen das hin wir kriegen das hin ausrufezeichen help ja was help wo guckt der denn hin er guckt halt genau gegenüber in das Regal ich habe halt schon dieses Seil hier gesehen weißt du hier ist ja so ein Netz gespannt ja ja man muss irgendwie hochkommen aber wie und kann man sich auf die Torte stellen und darauf springen ne der Kuchen der macht auch nichts ne die Lampe macht auch nichts was will uns dieser Teddy sagen außer dass er Hilfe braucht gute Frage hier ist halt noch der einzige Gang der noch interessant ist ist der wo diese drei Kartons aufeinander stehen ja ja aber ich verstehe nicht was das hier mit dieser Lampe ist oh ich bin hier oben ich bin oben was über den Stuhl wie hast du es geschafft äh über den Stuhl und was ist denn jetzt los ja jetzt hier drauf oh lol oh lol und dann ey ich hab die ganze Zeit versucht bei diesen Dingern da so ich glaub außen rum oh lol ne auf die Kameras ja vielleicht ja wir glocken uns halt die ganze Zeit ich geh mal runter könnt ihr machen ich guck mal kann man hier rum oder hat sich jetzt schon irgendwas aktiviert weil er hat es doch so ja es hat eben so klingelingeling gemacht ja vielleicht können wir jetzt ins Bild ich bin jetzt auf der Kamera oder sind jetzt die Monster frei so hört es doch an ich guck kurz ins Bild rein ja ich glaube ich weiß wo ich glaube ja 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 die Monster sind frei wir müssen jetzt die Monster killen die Monster sind frei? ne ne ok da war jetzt einer frei also entweder lässt du mich oder ich lass mich nicht ja du blockierst mich die ganze Zeit ich nehm auf ja eben nichts ja ja äh alter und jetzt auf das Seil stört sich da gerade aus genau jetzt links rum jetzt lasst mich doch mal oh es ist so anstrengend oh nice will ich den Schalter drücken nein ich will da erstmal hin jetzt lasst mich durch ey langsam jetzt einfach auf sein steht nicht was mich gelogen gut dann drückt jetzt auf den knopf scheiß drauf ich drücke auf den knopf ja das hat bestimmt was wir gemacht jetzt oder gucken wir mal bei dem teddy vorbei hör auf zu blocken aber da ist noch was an zeig mal was du kannst gerne jetzt zurück also ich meine sterze verpässt dich doch mal mann hier um die ecke wo muss ich jetzt springen auf die hängematte auf auf die hängematte mittig ja ja geht es ja bin ich doch mit springen das ok er du musst immer sprint anhaben neben der kamera geht es auch so ich nur willst du nicht auch ein bisschen mit springen ja aber da wirst du wirst erst mal vom stuhl weg jetzt habe ich bin runtergefallen muss ich jetzt hier mit anlauf mir so um die ecke scheiße muss auf die hängematte ich war schon weiter max was soll ja auf die hängematte mit anlauf ich kann halt also wenn man diesen dreck schalter drückt dann stirb ich bin das gleich aus dem fernst ja auch das ist auch ein teddy und dann bin ich jetzt kannst du bei dem etwas machen und nein heruntergefallen kannst du durchgehen nee da ist im weg die hocke kannst ihn anstrahlen also das ist kein escape rum das ist ein ich kriegst die krise rum oh ich hab was hier ja kannst du es beschreiben man kann hier durch die wand springen hier oben ja hier kann man auch rein und dann ist da was am ende des da ist ein tisch gut ist ja was passiert ja ich habe leicht licht angemacht es geht und es geht hier weiter nach oben also im moment reinkommen jetzt ist die lampe jetzt eine andere farbe das ist einfach nur placebo ok also aber hier bei der spinne ist auch nix mehr jetzt nur du musst gehen ich glaube hier geht es weiter nach oben einfach weil hier kannst du halt im regal drinnen halt hoch springen was ist denn eigentlich hier in den gang ist aber guck mal hier kann man auch ja ok macht es jetzt alle hinter einem was macht ihr da ja genug steht hier gerade rum du du bist noch da ja gut dann tanzen wir jetzt saftig ist genug die ist locker auf klo wieder ja wahrscheinlich hat sie kein kannst du aufhören da was machst du da immer bitte hör auf das hat sich gerade angehört wie die tür die auf die die pappel hör doch mal auf da oben das ist so nervig das ist denn dann los lebt sie nicht mehr ja ich glaube nur die afk sind vorhin irgendwann gefahrt habe ich komme da nicht mehr auf genug habe jetzt geht er bitte weg ich raste da gleich aus das geräusch nur du hast alle blockiert wir waren die einfach runtergefallen wir sind hier seit fünf minuten und gucken dir dazu wie du da stehst wir nehmen gerade auf ist dir das nicht wichtig mein video die brauchen eigentlich immer eine stunde ja aber da geht doch nicht einfach afk digga ich hab doch gesagt moment kurz ja aber dann steh doch hier nicht rum aller jetzt kann ich springen weil sterzig mich geblockt hat kalle ich stand hinter dir du bist ja los das ist ein reines geblocke hier kann ich noch mal ich werde gerade von einem spam anrufer angerufen ich gehe mal ran ok ok hallo was geht der jetzt ans telefon ich glaube ja ich glaube ich muss ihn noch blockieren aber es ist ja genau das gleiche ist hier kalle du musst jetzt rausspringen du musst jetzt rausspringen ja immer weg pappel ich weiß doch jetzt eine andere seite andere seite was ist denn da kalle ich bin im weg was machst du jetzt hier einspringen bitte geh ich gehe jetzt nach oben ich kann nicht rein weil ja das ja das erlebnis ist super jetzt geh weg sag bitte dann beende ich an dieser stelle das video weil hell und blockiert jetzt geh weg junge jetzt bin ich auch da jetzt bin ich auch da jetzt bewegt dein ass sag bitte du hältst uns alle auf nein ich geb dir das nicht ok dann Ponyrit ich geb dir das auf gar keinen Fall du wirst gehatet nicht ich kennst du discofieber jetzt geh doch einfach zur seite man oder dub stamp ja was ist denn da drin eigentlich das ist auch nicht lustig ich find's halt null lustig gerade ja was ist doch wir gehen jetzt in weihnachtlicher stimmung langsam voran Alter da magst du abschießen was ist denn da drin oh oh fertig blockt mich folgt mir jetzt das ist ja hier so anstrengend ey heftig das ist doch ein geiles video ja übel oh mein Gott oh oh ich kann nicht abbrechen so hab du schon einen Knopf gedrückt oder Thomas jetzt pisse dich doch mal ich muss doch erstmal gucken wohin mein Gott danke ich hab die Antwort auf die Frage gefunden du auch scheiße auf die Frage komm mal wieder raus hier damit keiner das selber rausfinden kann weißt du genug ist ne halbe stunde afk weil sie essen bestellt dann blockierst du mir 30 mal den Weg ich nehm die Spam am Rupert ich geh nicht ins X Mann genug geh doch mal weg ich kann weg ich kann nicht springen ich geh nicht ins X sein bis in Raum 4 geh nicht ins X hier sind alles spinnen dann bist du Raum 4 geh nicht ins X Kalle ich bin aber schon da ihr seid so lieben so äh kann man da hoch genau ihr müsst einfach ins X ich geb den Tipp Kalle nee das kneiter doch das kneiter doch nur ja genau das ist der tipp jetzt kommen wir rein und dann machen wir die tür zu jetzt aber was ist hinterm x alle gemeint dass ich so und jetzt können wir nämlich mit der waffe die blöden spinnen kaputt machen so nicht machen pappo bitte ich war nicht mein gott eine sache in meinem video haben wir die seile kaputt machen das funktioniert ja hinten und vorne nicht schalter schießen oder ja ich glaube ich glaube jetzt vielleicht auch die lampe habt ihr hier oben irgendwas deaktiviert oder aktiviert oder nach wie schmeckt der abwehrkräfte der nachtisch hast du gerade wieder die leute abschießen ich finde ich finde es gar nicht so scheiße muss ich sagen das können wir jetzt hier machen hängematte oder kommt dann ist die tür das ist für im wasser da unten ja ich tauch mal rein alle am sterben die hängematte das brot irgendwie wichtig oder bringen wir haben auch wieder durch eine wand ja ich schon mal gegen wände mal gucken was passiert das ist geil mit euch so ich bin doch echt ganz geil oder ich bin in der hängematte ein geile sound einmal wie taucht man runter also schwimmen können wir also durch die tür sagen wir nicht haben sie gesagt da ist nehmen was passiert mit dem lichter an der mitte mit dem lichter an der mitte gefunden kann man die lampen irgendwas kaputt machen aber wir machen jetzt den ball an den habt ihr reingeschmissen von abflug da unten rein springen das war tot also ich will hier nicht mehr so dass man nicht auch mehr indem du springst und dann also kannst eigentlich richtig tauschen wasserball dabei okay dass wir hier schon mal ich habe alles klar ich habe was hier ein fortweil ja leute für eine dicke tomate in deine presse wir haben es geschafft also bevor bevor wir uns jetzt ja eigentlich noch bevor wir uns jetzt hier noch einen abbrechen nur hat auch hunger hat sie gesagt deswegen lassen wir das ich muss noch eine stunde drauf warten wir sehen uns nächste woche wieder bei der sülze dann beim montag ich weiß aber wo es lang geht also stellt uns doch mal in die kommentare spiele vor die man geil zu fünf spielen kann weil ihr seht schon nicht noch gut dann geht sie weiter wie soll denn da hingekommen der erde muss auch durch tauchen also muss vorher springen mit der haus und dann kannst du rein ist mir abstand ist er hat mit denn hier so ja geht geht alle darüber los geht alle darüber und dann gehe ich hier lang so er sollte nicht lang oder ich bin jetzt irgendwie drüben ich weiß nicht wie ich bin rübergebacken du bist wahrscheinlich rüber mit dem mittel mit lehrtaste rübergekommen oder ich bin irgendwie richtung treu ich komplett rübergeflippt jetzt bin ich hier rübergeflippt wie die fische hier weißt du wahrscheinlich durch den bilderrahmen oder hier sind drei vier bilder an der wand oh ja ihr müsst einfach nur an die wand nachher genau ihr müsst einfach euch umdrehen und über der tür werdet ihr rübergeflippt wenn ihr dann auf lehrtaste drückt also ihr müsst quasi nicht zum gras schwimmen sondern jetzt umdrehen und zur tür mitte die tür mit ja da ist irgend so ein ding gewesen was mich jetzt zurückgeflickt hat hier unten ja ja und müssen wir uns hier wahrscheinlich rein oder ja diese hier was ist hier noch gibt es hier noch irgendwas ja hier muss jetzt in die richtige reihen also ich glaube die mitte muss rein mag vielleicht der kalle nach vorne gehen ich bin schon drin leute das ist ein rotes symbol ich gehe da mal drauf dann kommen wir jetzt hier wieder raus und haben es geschafft geile nummer ja das war eine weitere runde sitze an dieser stelle bricht die scheiße ab also nein nein ich will das jetzt nicht ich werde hier spielte jetzt fortneid junge ich habe richtig viel spaß aber wie findet ihr meinen background mit den lampen hier ist ja ich hab ich bin über euch hier war ich bin über euch ich bin über euch er bringt einfach ins wasser bei der treppe ist ist noch hier dahin haben dann bisher hinter dir der genau was ist das denn heftiger jumpscare was wollen wir jetzt machen haben wir es jetzt endlich geschafft ist so hässlich kann man hier irgendwie noch rein oder nicht oder oder erricht mich da du bist ich helfe schießen was mit den zähnen kann man die zehn nehmen ausschlagen also auf der anderen seite vom wasser ist eine treppe jetzt habt ihr vielleicht gesehen ist ganz cool da bin ich jetzt hoch geil die war vorher auch schon so statuen hier waren wir doch schon ja musst du dagegen schwimmen ja also dieser scheiß schacht also der scheiß schacht da kommen wir jetzt ja nicht mehr rein doch nicht hier oben muss doch was mit den lampen kann mir lampen schlagen wieso willst du lampen schlagen warte vielleicht muss man irgendwo hoch hüpfen wir haben nie die decke gesehen in den spiegel vielleicht kann man hier auch überspringen kalle ich will das video beenden alle wir wollen diesen escape pump zu spiel was sollen die zuschauer denken der hat nur neun räume dieses video endet wenn kalle das video nicht beendet ja den nächsten so das muss ja irgendeinen sinn geben vielleicht auch was mit diesen schalter in dem ja was soll denn das hier ja wie sind wir denn eben überhaupt hochgekommen ich muss hier ist ein kleines jump ding ist ja ok ja ja da hat jemand richtig mühe gegeben mit dem grafik design sehr gerne alles design ist ein richtiger grafiker oh leute ich hab was gefunden erzähl oh ja oh hä was habt ihr gemacht wie bist du da reingekommen ja 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 durchs wasser hier an der stelle hier ist ein kleiner eingang das video ja doch noch weiter das video endet wenn ich mir in die rücken pisst haben wir gar nicht wie bist du da jetzt wieder hingekommen doch hier ist raum fünf hier schreien die jahren fünf ja da viele gibt es denn schlecht mann also ich finde es gibt ja nur 15 räume hast du gesagt du findest es nicht geil ich finde es richtig geil ich pushe ich habe bewusst oh god papa hat sich verabschiedet ja ich bin weg bis dann welche nummern brauchen wir denn hier das ist wahrscheinlich so ein zahlencode ding wir müssen zahlencode finden ich habe jetzt einfach mal hier ist wieder ein heftiges bild junge was ist da end nee second warte mal second oder das einfach zwei oder nicht fünf der die zweite stelle ist fünf die zweite nummer muss fünf sein wo bin ich denn jetzt auf einmal max mich nicht so tätigen würde dann wäre es viel einfacher ich kann mich denn jetzt auf fünf gehen ich bin jetzt hier und das komische rosa ne gesicht ist das mache ich denn dann das haben wir gefunden weiß ich nicht also irgendwo sind so bälle und sowas einer wand jetzt hat er jemand auf den knopf gedrückt Sorry. Alter Mats. Aber was ist das hier oben? Also, das zweite Ding muss 5 sein. Okay. Alter, please. Please get me out. Geht hier einfach durch den Scheiß. Ich frisst nebenbei irgendwas. Was hast du denn bestellt? Oh ja, geh nach oben Kalle. Das ist ja lustiger Jump-Scare. Ich überlege halt, ob da vielleicht irgendwo anders noch ein Raum ist, Kalle. Wenn man auf die andere Seite springt. Das ist so anstrengend, ey. Scheiß Hülze, Mann. Wollt ihr den Code wissen? Ja. 755. Hast du das nachgegoogelt? Okay. Also, da muss ich sagen, ich bin einfach nur enttäuscht. Oder 7 5 4. Oder 7 9 4. Ich kann es gerade nicht lesen. Probier mal 7 9 4. Hä? Du hast doch 7 5 5 gesagt. Ja, aber das ist wahr. Mann, stetsig. Jetzt lass doch mal die Flossen da weg. Es wechselt hier die ganze Zeit. Ey, Kalle, ganz kurz. Oh Gott. Also, es ist 7 9 8. Ich bin da außen. 7 9 8. Also, ich habe jetzt hier noch so viele andere Sachen gefunden. Stimmt. Ja, das ist mir die beste Folge des Hülze. Es ist 7 9 8. Sonst probiert man 7 5 8. Es ist auf. Gut. Wie? You escaped. Geil. Scheiß-Videos zu Ende. Meine Fresse. So, ich gebe jetzt hier nochmal auf meinen Flummi. Denn genauso fühle ich mich gerade wie sonst was. War eine geile Woche wieder. Also, Fortnite, Roblox. Also, ne. Schaut bei den anderen vorbei. Aber nicht bei Henno diesmal. Das geht mir nämlich nur noch auf den Sack. Schönes Wochenende. Und bis dann. Na, tschüss. Tschüssi. Tschüssi. Oho. Ich hasse euch. Hey, ich habe ja falsch gemacht. Alter 4. Junge hast mir noch so spielён. ��. Jedes. ivo Plätsch.